ja moin moin hallo und willkommen zurück bei resident evil 7 ja alter im keller der schimmelmann mit zahnstein alter ich weiß nicht wie wir schaffen sollen deswegen hatten wir einen raum gesehen mit einer schrotflinte und die wenn wir zu zahlen noch mal hier hatte ich doch ein foto gefunden ich habe das gefühl die kommen wir trotzdem aus den wänden wieder raus egal ob man die schon weg gemacht hat aber der eine war ja sehr sehr hartnäckig leute ja hier wird ein krimschlüssel offensichtlich gebraucht mit zwei köpfen ja dann nicknacks lecker noch keine werbung ich sag wie es ist wir essen nicknacks das ist gut für die muskulatur ein rotzfaden mann mann leute hier lässt mich auch mal reingreifen diese mutteren box noch mal mit den zähnen umknackern das beruhigt ein bisschen er hat gesagt oben in diesem freizeitraum hat er hier reingepackt noch mal mann 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 wir haben ein herzliches ne noch mal macht die tür doch wieder zu kann er das nicht ich würde entschuldigung jetzt habe ich aber nicht so viel hat uns gesehen liebe mrs baker wie fühlen sich in letzter zeit das ist schon eine weile her seit sie zu unserer untersuchung kommen ich lese von anders ich schreibe ihnen mitzuteilen dass wir die analyse ihre röckenaufnahmen abgeschlossen haben naja hier wollte ich nicht noch mal wieder hin eigentlich war der denn die schrumpf in der gibt da ich bin auch gebückt man super nein macht das doch einfach nicht ich glaube lesen tue ich irgendwo mal andermal Ich habe Bock ins Kopf so schießen, ey. Der steht aber genau dahin, wo wir hin müssen. Oh, ich liebe diesen Macke, Alter. Keine Ahnung, ey. So, jetzt sind wir wohl erstmal sicher hier drin, oder? Das kann ich erstmal weg. Oh, Mama. Hallo. Oh, was macht der? Ach so. Du wolltest den Keller, ne? Ja. Wie viele? Vier Schuss. So, Mann, das wird aber auch nicht reichen, Leute, ey. Kann ich mal speitern? Ja, kann ich ja machen. Alter, geht die Tür vielleicht noch ein bisschen langsamer. Ja, wir wollten da unten nochmal gucken, da war eigentlich noch ein Wacke-Ding. Wo? Im Wohnzimmer. Hast du da wohl gar nicht geklappt? Ja, wir müssen da wahrscheinlich öfters mal da rein, warte mal. Es gibt ja so einen verrückten alten Mann, weißt du? Beste Voraussetzung, was? Für so einen Hemmelfahrts-Kommando. Wolltest du Skorpionsschlüssel ablegen? Ja, ich habe doch noch zwei Türen gesehen, wenn Skorpionsschlüssel, ne? Ja, wir haben ja schon mit. Alle haben noch einen Trotz rein. Ih, meine Kohle, da hast du mir genau in die Nase reingespritzt. Ja, die Chemikalie, ne, ne, ich nehme die mal lieber mit, falls ich dann doch irgendwie mal ein Kraut fülle, ne, den brauche ich noch, falls ich mal ein Kraut finde. Ja. Oh, meine Freunde. Regenerieren sich die vielleicht nochmal wieder hier, ne? Ne, ne? Was tot ist, bleibt auch tot, oder? Ja, dass das nicht alles war, ist ja wohl klar. Warte mal, ich will mal sagen, ganz kurz. Kann doch nicht den Slot umlegen, war das nicht so, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist auch noch super Getränk, ne? Ja. Ja. Das ist jetzt alles, was ich noch hatte, ne? Ja. Oh, Leute, ich habe das doch gerade. Warte mal. Okay. Okay. Weißt du, was ich nochmal mit dir unbedingt, da habe ich gerade dran gedacht, ne, weil ich denke immer an diese Revenants, weißt du von, ne? Also, ich würde das so gerne mal mit dir, let's playen, hier, hier, Resident Evil Revelations 2 im Koop, Alter, das wäre so geil. Habe ich so Bock drauf. Oh. Mutti. Oh. Du hast doch aber gut getroffen. Ja. So, ich will nicht angeben, aber... Oh. Den hast du auch gut getroffen. Ich will nicht angeben, aber... Fass ein Gefex von Geschäden, aber auch noch, äähn. Einen Tauben und... Hahaha. Ja, sehr cool, wenn wir noch so was finden würden. Das ist nicht gerade sehr viel hiermit. Uiuiuiuiuiui. Oh, alter, alter, was ist das stimmt? Und den nicht. Ja, den hab ich überhaupt gleich getroffen. Alter, der frisst mich, hör auf damit! ich habe angst da darf ich nicht auf das ist das betrifft und vernacht mich glaube ich gerade nein nachladen das ist die beste idee aufstehen vielleicht erst auch eine super tolle idee da hat er ein titankopf oder was ja warum bütte ich mich denn alter wo ist der hin oh der ist da und da habe ich doch in letztem moment doch den rübel weggeballert manchmal macht mich das spiel aber einer aber wenn sie bückt dass ich denn immer ich mache das muss machen ist alles ja nicht gerade weil ich mich ausgetobten nach alter habe ich gerade beide weg gehabt alle gehen doch sterben man etwas was soll ich dir noch alles rein drücken junge man leute die drübe muss das bald mal abseilen man ist aber nicht durch die tülle ja 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 leute kann es noch schlimmer werden ey ich würde so tür zu tü 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 das ist der kürzchen was aber das gewusst hat dass wir hätten stehen ich auch nicht gar nicht aber jetzt gleich müsste ich eigentlich quasi schon fast nehmen das ist schon sehr geiles spiel es ist immer sehr vorteilhaft wenn man irgendwie dazu auch noch der versifft auch irgendwie gerade ob da auch diese gabe kriegt gerade okay okay Aro voll Kopfnuss alter der macht kleiner zu holen so er hat uns richtig wir wollen ja mal sterben ab oder an mal noch hier wieder da haben wir gar keine chance gab leider ich das ist ja war ja nicht so schön soll ich will das jetzt einfach mal nicht nehmen die chemikalie kann ich bestimmt auch nehmen wenn ich sollte ich jemals rauskommen das habe ich fast befürchtet wieso habe ich mich in letzter zeit man wo ich will alter ich habe noch eine verkackte säule oder neben check du bist ja okay ja aber den jemals klack au alles sehr gut naja muss ja ja nee irgendwie nicht weil du haust mich ja die ganze zeit nee also schnell was stimmt mit den jungen nicht ich mach gar nicht ja super daneben geschossen au au der teilbox kann ja auch noch der kann das wäre ja keine zeit hier etwas bei den kanal die könnten sie jetzt genommen wieso liegt er dir jetzt ein vental da er guckt er sich die kettensäge an was soll der scheiße jetzt bitte die zeit hast du gar nicht dafür waren das soll der mist funktioniert was soll der scheiß alter das ist ja wirklich okay mein freund ich schmecke die kettensäge haben es ist was er gesagt ich glaube ich noch nein nein der mutter es ist es ja 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 9 10 leider wo auch alle meinen sonnen weggemacht ja einer Nein! Boah, das ging aber gerade noch gut. Nein! Nein! Was machen wir jetzt? Und jetzt? Auf den, oder? Ja, dann musst du unsere Ketten sehen. Kranke Scheiße! Oh Mann! So viel nochmal neu machen. Leute, es war kein Kinderspiel jetzt mit Jack, ne? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wow! Oh Mann! Ich hab's gehofft zumindest. Boah, Alter ist ja schnell, der Junge. Meine Fresse, ey. Wo ist er jetzt hin? Wow! Wo ist er denn? Ach, Leute. Oh, Alter, der ist so knapp hinter mir, der Typ. Oh, geil. Ja, jetzt hab ich auch keine Munition mehr bald. Dass wir Kettensäge einstellen, das war auch noch echt scheiße. Aber keine Dings drin, aber. Hast du ihn genommen? Ja. Ja, kann ich nicht. Was soll das denn? Scheißdreck, Alter. Was soll die Scheiße, Mann? Das ist echt Müll. Wie soll man das in mitten im Menü einstellen, Leute? Ihr träumt doch, oder? Okay. Weil ich nicht träge ihn ja so an, ey. Ja, aber irgendwas ist da hinten. Ach, die Säcke. Einmal Gewichtshulasch, bitte. Alter, der muss doch mal draufgehen jetzt. Oh Mann. Du bist schuld. Nimm mal wieder diese Kacke von vorne machen. Das ist so, wie er hat es eigentlich gezeigt. Ich muss auch schon mal klagen, wie wir es machen sollen, aber... Aber natürlich, wie wir es machen sollten. Du kommst hier nicht raus! Oh ja, ich war doch schon eigentlich dran vorbei. Guck mal, ich habe das mit Getränk aufgehoben, das wäre schon mal nix. Boah, super. Und bei uns, wie wir gerne sagen...